Hey Leute, willkommen zu MMORPG Taggut. Ich nehme das am gleichen Tag auf wie das letzte Emergency 4 Video und ich bin immer noch krank. Ja, ich muss ja gerade das Tutorial einmal abschließen. Ja, ich weiß wie das geht. Ja. Hey Leute, was wollen wir als Startsego nehmen? Ich habe gesagt, ganz klassisch hier. Hey Leute, ein ganz klassischer, schöner Oma. Okay, was machen wir jetzt? Gelände. Hey Leute, wir müssen jetzt alles einmal wegmachen. Alles einmal weg. Ja. Okay. Aller. Hier geht's. Okay. You're going to have some other? Okay. 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 Aller. Malen. Leute, hier sind wir. Ich habe schon den ersten hier. Aber wir haben jetzt einen Krieger. Er hat einen Messerstich, einen Sperrangriff und einen Messerwerfer. Ja Leute. Ja, es ist fertig. Aber wir haben noch Custom-Skin. Ja Leute, ich habe mal... Irgendwann, glaube ich, meins war selbst gemacht. Egal. Wir haben was besser zu tun. Wie spielt er gerade aus dem Krieger? Kann ich kämpfen? Ich habe keine Basisangriffe. Natürlich hat er Basisangriff. Ja Leute, jetzt... Ah, Probleme. Ja, ich weiß, was du tun hast. Oh Leute. Ja, entlassen. Ja, warum kann ich nicht kämpfen? Ah, hey, er hat noch zwei Startfähigkeiten. Ja Leute, also... Verstehe ich nicht. Die Leute, egal. Ihr habt was anderes zu tun. Ihr, ihr muss nachher... Wie kann einer eigentlich schon Level 2 sein? Das gibt doch nicht mal eine Quest. Egal. Wir machen jetzt was. Nämlich... Ein... 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 Struktur. Ja... Sogar eine Struktureinrichtung. Sein... Äh... Oh nein... Äh... 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 Ja... Da haben wir jetzt... Oh, das passt doch so. Wer ist hier denn packen? Wenn wir da einen auf... Gabentypen packen? Ha... Ja... Du hast einmal hin. Oh Leute, der Krieger darf ich stehen. Twist... Ein... und keine quest denn ich mache die quest keine quest geben ich darf die nicht löschen ich kann ja nichts tun hallo und er ist kaputt der typ ist kaputt der quest typ ist kaputt das ist ein kleines problem warum gehen die einzelnen questen er ist noch nicht mal irgendwie nicht schon wieder ich würde gerne ich suche mein bier auch so eine gute aufgabe komm ja lolle ist sehr kaputt ja und genieße die aussicht ja lolle hier wird es dafür nur 20 geben gold nur 4 aber das ist gar eine schwere aufgabe hier und hier wird es auch nur 25 geben gold nur 4 aber das ist gar eine schwere aufgabe darfst jetzt erst mal kurz ins krokodile also kriegst du 5 xp und 8 und also da passt eh noch 2 quest ordner darfst du einmal abgeben und dann upgrade deine waffe ja genau hinten kriegt man sacks 23 xp und 5 gold ja und das letzte ah es werden aber nochmal 10 krokodile platt gemacht genau holen holen mir essen holen mir essen kill 10 krokodile ja ah sieht man jetzt wie gesagt 75 xp und 16 gold eh lolle wir haben einen guten start gemacht ja ein ganz guter start der hat mir noch gefallen lolle jetzt noch eine sache machen darf natürlich nicht fehlen nämlich war eine struktur wäre doch eigentlich cool war doch so eine kleine schöne struktur wäre doch toll eh was gibt es denn eh was gibt es denn hier eh lolle eh lolle ein brunnen ja ja der passt eh lolle beide irgendwie müssen die angereist sein die sind einfach mit damit ein paar booten angekommen eh lolle passt passt so sag mir noch habt ihr so eine windmühle gesehen wo ist denn die okay mein Gott ja oder nee ah das ist eine Dorfglocke die eh passt doch ja eh leute haben wir das getan warte eigentlich wäre das gut so eine bank hier mal warte hier schöne bank hier noch eine bank zwei weil hier der spawnen ist ja kann man sich hier an spawn setzen und erst mal sehen sparen wie man es soll eh ja warte hier ist es so ein Schraub ah guck mal Leute dann wird hier gerade was dann wird hier gerade was dann wird hier gerade was neues geliefert ja eh und ja ich hab nur noch eine gute Idee eh mit hier so ein bisschen Licht das gibt macht ja wirklich Licht oh das macht ja wirklich Licht ah Leute dann ist es ja was Gutes dann gibt es hier viel Licht hier sind Licht und gerne an der Ecke Licht ja Leute das sieht sehr schön aus ah Leute hier ist doch kann sich Wohnungen holen bei der Wohnungen sind hier an so ein Essbereich draußen ja das ist voll gut oh das ist mega gut diese Idee hier Leute das sieht doch schön aus hier und ihr sind Schmied aber kommt ihr vor auch das hier hier Leute ihr hier war mal noch hier rein hier rein geht das da rein da rein in dieses Teil Leute hier rein noch so etwas ja das sieht so gut hier Leute hier gibt es da noch einen Wegweiser hier diese Richtung hier ist ah schade dass man das nicht schreiben darf hier aber da Leute hier haben wir nämlich ein Gasthaus und hier haben wir hier Leute sag ich mal den Namen warte hier hier haben wir den Namen von dem Ort das könnt ihr nicht sehen aber das steht Dorf des Wassers weil wir haben Wasser hier Leute das war's mit der ersten Folge ich hoffe es hat euch gefallen wir haben einen guten Fortschritt geleistet hier Leute guter Fortschritt wir dürfen noch was tun nämlich und hier das sind viele Wegweiser die brauchen wir nicht was wir wollen ist hier Bei dem guten alten Gasthaus müssen doch die schönen Banner hin. Eins und zwei. Ja Leute, am nächsten Mal werde ich dann vielleicht auch mehr in diese Sachen gehen. Ah, das ist echt aufwendig, was man da tun kann. Ja Leute, viel zu viel, was man da tun kann. Die aktive Gruppen gehen da nicht. Okay Leute, ich hoffe, es hat sich gefallen. Lassen wir ein Abo da. Hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das ist ein bisschen schief. Okay Leute, das ist irgendwie durchaus, es hat sich gefallen. Dieses Wunderwerk haben wir heute erstellt. Ehe Leute, ich hoffe, es hat sich gefallen. Da ist ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ehe Leute, es kann sein, dass ich die nächsten Tage nichts holen werde. Weil es ja eine Möglichkeit gibt, dass ich krank bin, auch krank werde. Wurde ich letztens erst krank, war. Ehe Leute, aber an kann ich halt erst mal ein paar Tage nichts bringen. Aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lassen wir ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.